wir können starten ich habe kein Speicherplatz mehr Schau Sch Sch Warte Schau Sch 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 Hä? Gott Meine Hülle Ich glaube irgendwie heute überall hängen Ich bin da hängende Kette Hohohoho Naja Danke Danke Ach hier ein Elektriker Mh 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 übrigens also nach der startphase habe ich oben von weapons aus runter richtung navigation cancer und prie gesehen die zusammen runtergelaufen sind ja das stimmt und dann bin ich wieder raus bin hoch in richtung cafeteria dann über upper engine zu realischen reaktor hat dort mein tas gemacht entgegengekommen ist ja nichts neues der strom schon wieder aus so nur die aufgabe ja schön jetzt wird kakashi verdächtig weil er gerade mit mir stand ich sehe es kommen unter garantie ich hoffe er kann sie gut verteidigen ich bin ja am besten gewohntes hat er mich das wird und er hat die Leiche lag im Reaktor doch schön war da irgendwer ja das bei mir ich war in Seküte da bin ich runtergegangen eben in electrical da war dann eben loopy glaube ich und zero ich bin aber dann weiter rauf richtung ja ich bin dann drüber und shoto habe ich kurz kaffee dir getroffen glaube ich ja wo warst du ich ich war ganz am anfang bin ich runter in electrical dann in storage hab das Benzin aufgefüllt unten in lower engine das Benzin aufgefüllt hab dann im lower engine dieses wo du den wo du den Ding hoch schieben musst von dort aus bin ich dann weil auf der linken Seite alle Aufgaben fertig waren rechts rüber hab die shields gemacht hab dann den ersten download bei Weapons gemacht und war dann auf dem Weg zum Upload nach schlag mich tot und da kam dann der der emergency call auf dem Weg runter zu electrical habe ich floopy kegel und noch jemand gesehen da waren die gerade fertig dann bin ich rechts rüber wenn wir jetzt schnell jemanden willen bevor gewinnen ich habe keine Ahnung keine Ahnung also ich will mal keinen sagen ja nicht aber hatte keine Zeit mehr ja unmöglich unmöglich so hey aufgaben fertig so wir müssen trotzdem niemanden rausfüllen so ein kill und das ist vorbei wir waren jetzt alles beim entschärfen ja ich war unten atmen ich glaube es war noch da wer war unten bei O2 O2 war ich und Soto und ich war Cafeteria wenigstens schalter dass er so schnell wie möglich aktivieren kann und ich habe ihm zu schluss gesehen wie eben du unten von Admin rauf gekommen bist Kenzer ja es hat halt noch oben die auf Admin noch die Dings-Task gemacht die Download-Task und ich wollte dann hoch zur O2 weil da immer noch war und dann ging es aus und dann kam halt schon der MNC ja ey keine Ahnung so ein Soto Soto und Lord Maros zusammen und Ace und Kenzer ja und so war es halt mit Reher oder es kann auch sein dass du ihm gerückt hast die ist aber die ich habe ja irgendwie müssen wir wurden aber wegen also momentan bin ich ehrlich ist zero für mich der verdächtigste weil er der einzige war der alleine war ja für mich eigentlich weiter für mich ist dabei ist verdächtiger ja aber du könntest ja extra abwarten ich bin ich der verdächtigste weil du nicht verdächtig hast den muss ich automatisch ja wen wärst du Zero Zero und wen hast du genommen? ich habe E's genommen weil er gleich auf B hingeschossen ja ich habe auch nichts ja weil du der einzige bist der alleine stand ist doch natürlich dass du der einzige bist der dann verdächtig ist wir alle hatten eine Möglichkeit irgendwen zu killen in dem Sinne aber du bist ja der einzige der alleine war aber du bist ja der einzige der alleine war aber du bist ja der einzige der alleine war ich habe nicht wirklich geblieben wie gewoten ja ja ich auch nicht ja das darf nicht wahr sein 2 Minuten Nice one Nice Ich habe mich gerade verdrückt Ich bin in den Werden drin gegangen Sofie Schoto es war einfach du warst immer in der Nähe Es wird hier doch nur zu Anfang gehört Ich habe, wie war das? Ich habe Maros und Bri zusammen in der Kamera gesehen Das hat keiner wahrgenommen Aber es war auch keine falsche Verdächtigung von mir Weil Kenza mit Bri am Anfang zusammen Richtung Navigation rüber gelaufen ist Ja ich bin auch rüber, ich habe Bri einfach leben lassen Ich bin erstmal rüber, ich war in Alibi Ja du warst immer trotzdem Impostor Ja ich habe Bri gedittet ja Das hat man Alibi getötet Ohne Scheiß Maros Ich habe eine Sekunde zu spät reagiert Ich bin extra stehen geblieben Ich habe nämlich gesehen du stellst dich an Shields Ich habe oben die grüne Taskleiste beobachtet Du hast dich wieder in Bewegung gesetzt Das Ding hat nicht angeschlagen Ja deswegen habe ich dich getötet Ich bin eine Sekunde zu spät losgereiht Ich wollte die Zeugnis zu machen drücken Wollen wir anfangen? Ne, warte dann ab Lisa die muss noch reinkommen Ich war dem Discord der wartet Habe ich nicht gehört Lisa? Ich möchte mitspielen Lisa! Gute Lisa Gute Lisa Gute Lisa Gute Lisa Erstmal Frage Könnt ihr mich hören? Ja Wer hat da gerade gesprochen? Ein Geist Ich sehe keinen in der Lobby Es ist tatsächlich so Wo die Geister können ohne Probleme schreiben Die Lebenden können das nicht lesen Ah gut zu wissen, okay Und das wichtigste ist Dass man als Geist auch seine Aufgaben fertig macht Ja Ihr habt das extrem Ja kann man nicht Wenn ihr ständig den Scheiß die Möpschen sie button drückt Hallo! Wie war das letzte Runde? Mit irgendein Scheiß Button Was ist denn los mit euch? Oh ist ja schön Gute Stimmung Wer muss gewartet werden? Mann ihr ihr Buttonsmacher Was ich stelle mich da viermal auf diese Scheiß Plattform Um diesen Scheiß Scanner durchzuführen Merp Emergency Merp Emergency Das war aber auch lustig Hast du einmal den Code für mich? Das war schon echt lustig TTDKMF Ich glaube ich muss noch mal im Chat gucken Das war nicht richtig Warte kurz Nee das funktioniert manchmal nicht Das dauert ein bisschen Brauchst du mehr Versuche dafür Ist da ne Gruppe drin? Ist da ne Gruppe drin? Sprechen mit mir Gib mir mal immer zu trinken holen Ich geh mir mal immer zu trinken holen Hey mach bist du? Europa ne? Ja Europa ne? Ja 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 Mit 50 Pink Also wenn ich jetzt gerade so hier, wenn ich jetzt gerade unsere Gruppe hier so zusammen sehe, also nach Among Us auf jeden Fall eine Runde Cards Against Humanity, das geht nicht anders. Das ist mir scheißegal, wie viele wir da sind, Higgins und Vanessa würden auch später kommen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Cards sollten eigentlich nur diejenigen spielen, die auch schon erwachsen sind, also keine Minderjährigen. Ah ja, stimmt. Jetzt geht es unter die Gürtel hin. Ja, ist okay. Ich habe nichts gesagt. Ich bin weit erwachsen. Ich hab schon einmal genullt. Ja, spielen wir. Sind alle da? Okay, ja, ich bin 60, alles klar. Ist man verbreitender. Dann Warten wir noch. Ja, das ist nochmal neun auf. Direkt da bin ich nicht. Okay, wie wäre's, alle die da sind, stellen sich oben an die Tür, oben an die Tür! ja es ist ja immer die ansicht ich habe ich habe die kiste ich habe ein laptop gefunden jetzt sind wir wieder eine person mehr also wir sind jetzt zehn leute die ganzen chaoten sind wir zusammen wunderbar die lisa ist auch dabei definitiv speedrun schloppy schloppy war glaubt oder lisa war mit ich war reaktor ja kegel war vor mir ich war im co2 habe die task gemacht und dann sind drei leute von oben runter gegangen und dann bin ich auch rüber gegangen und da lag dann kegel also ich glaube entweder ich glaube es ist sloppy ich habe eine grüne farbe eine grüne farbe habe ich gesehen und lisa ist aber auch von oben runter gekommen lisa habe ich eigentlich die ganze zeit gesehen deswegen war mit an an weppens noch dran ja genau weppens und dann ist auch ein auge auf sloppy würde ich sagen er hat auch schon gewartet ja wer hat denn meine wer hat denn jetzt bei weppens eigentlich die asturiten ich habe auch katashi geboten weil ich doch alle gesagt habe ja der wird der impostor sein ich hatte ja 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 ich hatte ja ey ich hatte erst gar kein akne als punkt ich mal ihr beschwert euch gestern darüber und dann noch das selbst ist du kennst doch kein ironie ne das sieht ja geil aus ich wollte nur sagen bei weppens habe ich auch meine aufgabe oben gemacht ja ja ist ein vorteil kann ich durch die wände fliegen wunderbar perfekt auch was willst du mehr mal halle wunderbar so ich weiß nicht was mir zum med bay ok das müsste eigentlich schon auffallen bei kakashi das so schnell kann man auch keine kabel verbinden aber naja so das haben wir jetzt bin ich ja gleich durch respekt so alright wer ist der zweite impostor die arme lisa ist tot wo war sie so raus du musst ja sorry reaktor einfach was war da noch wer also bei mir war ja 0 habe ich gesehen rom admin gerade noch ja ich weiß nicht wer bei mir gerade gewesen ist aber es war noch wer bei mir und daraufhin kam ich hinterher daraufhin dann bist du ja beziehungsweise dann ist das licht ausgegangen dann sind wir alle drei zudem zu den dingen haben eben das licht wieder angemacht dann bin ich rechts hoch von storage richtung atmen und dann ging mir palaver los ich war unten neben anderer reaktor hat dann das gemacht und bin ich auch mit dir nach links gelaufen und ich alleine rechts würde ich jetzt schätzen nur wer war links noch armes lisa ja ich war der erste der gestorben ist aber das normalerweise hätte man das sehen müssen dass es kakashi war naja egal zwei blöcke brauchen wir jetzt noch mit dem task stromaushalten haben sie es aber heute auch was war das denn jetzt gerade war mir ein bisschen verdächtig ich habe dann auch die aufgabe gemacht an dem pult ja ich war ein admin habt die den download gemacht bin dann über storage über elektrisch reingegangen hat da geschaut ob dann gleich ist war keine dann bin ich drauf gegangen security und da habe ich dann in die camps reingeschaut aber da habe ich dann eben kakashi von oben runter gehen sind und da hat er mal die leiche gecolt also keine ahnung ich jetzt zwar für mich verdächtig aber aber ich bin nicht im poster und außerdem habe ich meine ganzen task schon gemacht also ich kann mit mir nicht mit laufen ich bin elektrisch ich bin elektrisch reingegangen wie ich raus wenn kam schuhe hinter also da rein das war wie das nicht hier angemacht werden musste bin dann über lower engine hoch upper engine da kam mir cancer tatsächlich auch entgegen bin in medbay rein da habe ich diese blöde task mit den mit den fiolen und jetzt zum schluss bin ich communications reingegangen da habe ich schuhe im storage noch mal gesehen ja schuhe war eine zeit lang bei mir auch in electrical und ist dann rechts über storage daneben wahrscheinlich dann zu dir gegangen wo ist hier gewesen ist am anfang ganz links beim reaktor bei diesen zahlen bin dann runter da kam mir sloopy und schuhe und von da aus bin ich dann nach rechts hin weiter richtung navigation die einzigen die ich da in der ecke gesehen haben wandern wirklich roto und das ist nicht mehr viel das ist nicht mehr viel warum steht es jetzt so weit im raum hier drin das könnte es sein ein bisschen verdächtig wo war der jetzt der lag bei schiels maro maros hast du den gesehen habe ich nicht gesehen also du hast den erster gesehen aber ich war bei brie genau maros ist mir hinterher gelaufen er lag ja aber wartet leute ist du bist von unten rauf gegangen bei storage wo warst du ich war nicht in storage ja du bist aber von du bist aber gerade von unten nach oben gegangen weil ich war ein admin bin dann runter eben und bin dann mit brie rüber gegangen ja kann ich dir sagen ganz am anfang sind wir ja mit drei mann im medbay gewesen wo dann ganz zufällig du als letztes gekommen ist und die türen zu waren ja aber persönlich schon sehr verdächtig du hast nur eine person gesehen gehst rein willst sie töten zumindest ich habe brie gesehen dann bist du reingegangen und dann ist die türe zugegangen du warst der letzte drin das ist die tür zu vorige runde kann mir das auch schon ein bisschen suspekt vor dass du ganz allein um links gewesen bist das allein oben links ja du warst du warst der upper engine hast du gesagt aber nicht vorige runde leute aber dass du jetzt die ganze zeit die schuld auf mich schieben willst klingt schon sehr nach dir ich werfe maros ich bin für es und dadurch dass ich jetzt mit brie dadurch dass ich jetzt mit brie die ganze zeit mitgelaufen bin hätte ich jetzt brie eigentlich töten können habe ich es gemacht nach dem anfang war ich eine ganze zeit lang alleine mit brie in medbay und hätte sie ohne probleme töten können dann kamst du hinterher und hast die türen hinter uns zugemacht weil du nur ein von uns gesehen hast weil pre noch an dem an den fiolen leute ja daraufhin hast kamst du rein weil du nur mich gesehen hast wie ich da drin rumgelaufen bin weil pre eben dran stand ja es ist nur noch eine einzige aufgabe ich hoffe mal das ging jetzt noch schnell gebacken auch leute na gott sei dank es liebi ist so ein kacken posse der kein einzigen kill gemacht wer war es jetzt ich habe mich direkt dabei gemacht wo es lupi im o2 stand und so mitten im raum einfach nur stehen geblieben ist oder habe ich mir so gedacht aber da kann da kann doch gar keine aufgabe sein was macht er da und ich habe mich gepeilt ich wollte ja das manipulieren aber auch gegen was grauen habe ich weil das eine weile dauert was das machen kann okay es war mal es war aber keiner passen in der nähe aber ich war an denn wer zu sagen dass er mich gesehen hätte es war als nicht ergeben ich habe keinen gesehen aber ich habe trotzdem gewonnen oder gereicht der zusammen mit einem stimmte man kann wirklich nur also man sollte wirklich nur töten wenn es keiner weiter sieht das wo du mich getötet hast du kann froh sein dass das keiner gesehen hat weil das war wirklich saumäßig knapp weil normalerweise wärst du gleich in der ersten runde raus geflogen ich sorry du kannst du kannst mir ein bisschen ins spirit vor aber die ganze zeit angst dass du das warst weil du wirklich als letztes in medbay rein bist das warst du schon immer hier in der ersten runde raus geflogen Independent n